Guck, was in der DJI-Community derzeit am meisten diskutiert wird, ist die heiß erwartete DJI Mini 5 Pro. Wenn du wie wir bist, hast du dich wahrscheinlich gefragt, was können wir erwarten? Wird es wirklich die ultimative kompakte Drohne sein? Und vor allem, lohnt es sich darauf zu warten? Nun, wir haben alle Leaks und Gerüchte im Auge behalten und heute werden wir alles, was wir bisher wissen, durchgehen. Also ohne weitere Verzögerung. Lassen Sie uns die 10 erwarteten Funktionen der DJI Mini 5 Pro durchgehen. Monai, eines der größten Gerüchte, die derzeit kursieren, ist die mögliche Aufnahme von LiDAR-Sensoren in die Mini 5 Pro. LiDAR wird oft für präzises Mapping und verbesserte Hinderniserkennung verwendet. Wenn es in die Mini 5 Pro integriert wird, könnten wir eine erhebliche Verbesserung in der Art und Weise sehen, wie die Drohne navigiert und Hindernisse vermeidet. Insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen oder in komplexen Umgebungen wie dichten Wäldern und Städten. Aber ist LiDAR wirklich notwendig für eine Drohne dieser Größe? Die bisherigen Hindernisvermeidungssysteme von DJI waren ziemlich solide. Also während es eine aufregende Möglichkeit ist, wirft es Bedenken hinsichtlich der Kosten und Praktikabilität auf. LiDAR ist nicht billig und seine Integration könnte den Preis erheblich erhöhen. Wird es auch die Batterie schneller entladen? Wenn DJI einen Weg findet, es ohne Kompromisse bei anderen Funktionen zum Laufen zu bringen, könnte es ein echtes Verkaufsargument werden. Wenn nicht, könnte es sich als überbewertete Ergänzung herausstellen, die für die meisten gelegentlichen Nutzer sogar nicht einmal nötig ist. Jeder Drohnenpilot muss wissen, dass die Kameraqualität alles ist. Es wird gemunkelt, dass die Mini 5 Pro einen großen Sprung nach vorne machen wird, mit einem größeren Sensor, möglicherweise bis zu einem Zoll. Wenn dies zutrifft, könnte es massive Verbesserungen in der Leistung bei schwachem Licht, dem Dynamikumfang und der Schärfe des Bildes insgesamt bedeuten. Aber mit jedem Upgrade kommen auch potenzielle Opfer. Ein größerer Sensor bedeutet mehr Wärmeentwicklung und möglicherweise höheren Energieverbrauch. Er erfordert auch eine bessere Bildverarbeitung, was die internen Komponenten der Drohne zusätzlich belasten könnte. Wenn DJI dies richtig umsetzt, könnten wir eine der besten Kameras überhaupt in einer Drohne sehen, die weniger als 240 Gramm wiegt. Wenn es jedoch nicht funktioniert, gibt es immer das Risiko von Überhitzung, kürzerer Flugzeit oder höheren Kosten. Ist ein Einzollsensor das wert? Wir denken schon, wenn es richtig umgesetzt wird. Eine der aufregendsten Leaks deutet darauf hin, dass die Mini 5 Pro die Flugzeit auf bis zu 55 Minuten erhöhen könnte. Das ist eine unglaubliche Zahl, wenn man bedenkt, dass die Mini 3 Pro bereits mit 47 Minuten und dem erweiterten Akku beeindruckte. Wenn das stimmt, könnte die Mini 5 Pro eine der am längsten fliegenden Drohnen in ihrer Kategorie werden. Aber mal ehrlich, offizielle Flugzeiten werden meist unter idealen Bedingungen gemessen. Sobald man Windwiderstand, aggressives Fliegen und den Kameraeinsatz berücksichtigt, sind die tatsächlichen Flugzeiten oft etwas niedriger. Selbst wenn DJI eine realistische Flugzeit von 50 Minuten erreicht, wäre das immer noch ein riesiger Gewinn für Drohnen-Enthusiasten. Mehr Zeit in der Luft bedeutet mehr kreative Freiheit, längere Aufnahmen und weniger Akkuwechsel. Einziger Haken, ein größerer Akku könnte mehr Gewicht bedeuten. Falls die Mini 5 Pro weiterhin unter 249 Gramm bleiben soll, muss die GID-Batterie besonders clever gestalten. Effizienz Die Mini 3 Pro führte vordere, hintere und untere Sensoren ein. Aber was, wenn die Mini 5 Pro noch einen Schritt weiter geht? Leaks deuten darauf hin, dass wir endlich eine vollständige 360-Grad-Hinderniserkennung sehen könnten, was die Drohne deutlich sicherer und zuverlässiger machen würde. Besonders für Anfänger und automatisierte Flugmodi. Stell dir vor, sorgenfreies Fliegen, bei dem deine Drohne Hindernisse in alle Richtungen erkennt und Kollisionen verhindert, bevor sie passieren. Klingt perfekt, oder? Aber hier kommt der Haken. Mehr Sensoren bedeuten mehr Gewicht und höheren Rechenaufwand. Das könnte die Akkulaufzeit beeinträchtigen und die Drohne möglicherweise teurer machen. Falls DJI es schafft, eine 360-Grad-Erkennung zu integrieren, ohne dabei die Portabilität oder die Kosten zu erhöhen, könnte das ein entscheidender Verkaufsfaktor sein. Dennoch bleibt die Frage, wird es in jeder Situation fehlerfrei funktionieren? Kein System ist perfekt. Manchmal kann die Hinderniserkennung zu vorsichtig sein und stoppen, wenn man es gar nicht will. Einer der größten Gründe für die Beliebtheit der Miniserie ist ihr ultraleichtes Design unter 249 Gramm, wodurch sie in vielen Ländern von Registrierungspflichten ausgenommen ist. Aber mit all den gemunkelten Upgrades stellt sich die Frage, kann DJI das Gewicht noch unter diesem entscheidenden Limit halten? Falls sie es schaffen, wäre das wirklich beeindruckend. Falls nicht, könnten wir möglicherweise zwei Versionen sehen. Eine, die unter 249 Gramm bleibt, aber mit etwas weniger Features und eine Pro-Version mit mehr Leistung, aber einem etwas schwereren Gehäuse. Wäre das ein Dealbreaker? Um die Mini leicht zu halten, muss DJI besonders auf die Materialwahl, die Akkugröße und die Platzierung der Sensoren achten. Wird sie zu leicht, könnte die Haltbarkeit leiden. Werden zu viele Features hinzugefügt, könnte die Drohne das Gewichtslimit überschreiten. Es ist ein schwieriger Balanceakt. Und wir sind gespannt, wie DJI das lösen wird. Ein häufiges Problem bei leichten Drohnen ist ihre Anfälligkeit für starken Wind. Da sie so leicht sind, kann selbst eine mäßige Brise die Stabilität beeinträchtigen, was zu weniger ruhigen Flügen und einem erhöhten Risiko des Abdriftens führt. Leaks deuten darauf hin, dass DJI möglicherweise einen aerodynamischeren Rahmen und verbesserte Motoren einführt, um die Windresistenz zu erhöhen. Dadurch könnte die Mini 5 Pro ihre Position auch unter schwierigen Bedingungen besser halten. DJI muss jedoch sorgfältig zwischen Leistung, Effizienz und Portabilität abwägen, damit dieses Upgrade wirklich lohnenswert ist. Falls es gelingt, könnte das Fliegen unter unvorhersehbaren Bedingungen deutlich sicherer und stabiler werden. KI-gestützte Funktionen werden in DJI Drohnen immer häufiger. Und es sieht so aus, als könnte die Mini 5 Pro dieses Konzept auf die nächste Stufe heben. Gerüchten zufolge könnten fortschrittliches KI-Tracking, automatische Flugrouten und verbesserte cineastische Aufnahmemodi hinzukommen. Stell dir vor, du richtest eine Aufnahme ein, bei der die Drohne dir mühelos folgt, Hindernisse umgeht oder perfekt fließende, vorprogrammierte Bewegungen mit minimalem Aufwand ausführt. Für Content Creator könnte das ein echter Durchbruch sein. Doch wie wir alle wissen, ist KI-gestütztes Tracking nicht immer perfekt. Es ist großartig, wenn es funktioniert, aber frustrierend, wenn nicht. Die entscheidende Frage ist, kann DJI es narrensicher machen? Falls ja, könnten professionelle Drohnenaufnahmen für alle zugänglich werden, sogar für Anfänger. Falls jedoch Probleme in komplexen Umgebungen auftreten, könnte es am Ende nur ein weiteres schickes Feature sein, das nicht immer zuverlässig funktioniert. Viele Drohnenpiloten wünschen sich mehr internen Speicher in kompakten Drohnen. Leaks deuten darauf hin, dass die Mini 5 Pro mindestens 8 GB integrierten Speicher haben könnte, möglicherweise sogar mehr. Das wäre praktisch für Momente, in denen man die SD-Karte vergisst oder schnellen Zugriff auf Dateien benötigt, ohne eine externe Speicherkarte entfernen zu müssen. Aber seien wir ehrlich, 8 GB sind nicht viel, wenn man hochauflösende 4K-Videos aufnimmt, ein paar kurze Clips und der Speicher ist voll. Wir hoffen, dass DJI entweder die Speicherkapazität deutlich erhöht oder zumindest extrem schnelle und bequeme Dateiübertragungen ermöglicht. Andernfalls werden die meisten Nutzer weiterhin stark auf Micro-SD-Karten angewiesen sein. Und das bedeutet, immer ein paar Ersatzkarten dabei zu haben. Nach all diesen möglichen Upgrades stellt sich die große Frage, wie viel wird das kosten? Aktuelle Leaks deuten auf eine Preisspanne von NAD 700 bis 800 US-Dollar au-dion hin. Ein spürbarer Anstieg im Vergleich zur Mini 3 Pro. Aber angesichts der neuen Funktionen ist das irgendwie nachvollziehbar. Die eigentliche Frage ist jedoch, wird es das wert sein? Wenn all diese Features es in das finale Produkt schaffen, könnte der Preis gerechtfertigt sein. Falls DJI jedoch Abstriche macht oder mehrere Versionen mit spürbaren Kompromissen veröffentlicht, wird die Preisstrategie darüber entscheiden, wie gut diese Drohne im Wettbewerb bestehen kann. Falls die Gerüchte stimmen, könnte die DJI Mini 5 Pro im Sommer 2025 auf den Markt kommen. Das würde zu DJIs üblichen Release-Zyklen passen und angesichts der zahlreichen Leaks könnten offizielle Teaser früher als erwartet erscheinen. Bis DJI jedoch eine offizielle Ankündigung macht, bleibt alles reine Spekulation. Wenn du über ein Upgrade nachdenkst, könnte es sich lohnen, mit dem Kauf einer neuen Drohne noch etwas zu warten. Wo stehen wir also? Die TIE DJI Mini 5 Prozio sieht vielversprechend aus und könnte neue Maßstäbe für kompakte Drohnen setzen. Wir sprechen von Sicaun LIDAR-Sensoren, einer größeren und besseren Kamera, verlängerter Flugzeit, verbesserter Windresistenz und intelligenterem KI-gestütztem Tracking. All diese Upgrades klingen fantastisch, aber der wahre Test wird sein, wie gut sie sich in der Praxis bewähren. Innovation ist großartig, aber... DJI muss das richtige Gleichgewicht zwischen Leistung, Gewicht und Akkulaufzeit finden. Wird sie unter DUR 249 Gramm Emotener bleiben, ohne wichtige Features zu opfern? Wird der Preis deutlich steigen, um diese Verbesserungen zu ermöglichen? Und vor allem werden diese Funktionen wirklich praktisch sein oder nur beeindruckende, aber wenig nützliche Extras? Im Moment bleibt uns nur abzuwarten. Aber eines ist sicher. Falls DJI alles richtig macht, könnte die Mini 5 Pro die beste kompakte Drohne aller Zeiten werden. Die perfekte Kombination aus Leistung und Portabilität, die High-End-Drohnentechnologie für noch mehr Menschen zugänglich macht. Damit endet unsere Liste der Mont A10 erwarteten DJI Mini 5 Pro Features. Aja und nun weit!